Hey Leute, Jens hier. Im heutigen Video möchte ich euch ein KuCoin App Tutorial geben. Ich habe vor ein paar Wochen auch schon eine Anleitung zur Webversion gegeben. Link dazu unten in der Videobeschreibung, falls sich die mehr interessiert. Und unter dem Video wurde gefragt, ob ich auch zur App mal eine Anleitung machen kann. Dementsprechend heute das entsprechende Video. Wir werden so rein starten, dass ich dir erstmal zeige, wie du dich hier registrierst, dann verifizierst, anschließend Geld einzahlst, mit dem eingezahlten Geld Kryptowährungen kaufen und verkaufen kannst. Und natürlich am Ende auch, wie du dein Geld wieder hier abziehst auf dein Bankkonto. Ganz am Ende zeige ich auch noch, wie du hier Kryptowährungen ein- und auszahlen kannst, zum Beispiel an einen Wallet oder eine andere Börse. Und damit, denke ich, haben wir das Wichtigste umfasst. Bevor wir jetzt rein starten, würde ich mich aber noch freuen, wenn du dir ein Video einen Daumen nach oben da lässt. Und falls du hier noch keinen Account hast, kannst du dich auch über den Link unten in der Videobeschreibung registrieren. Dann sparst du hier 10% Gebühren, ansonsten nicht. Dementsprechend würde ich sagen, gehen wir auch schon direkt rein mit der Registrierung. Dafür kannst du einfach mal unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken. Dann landest du hier in deinem Handybrowser auf der KuCoin-Seite, wo du dich jetzt registrieren kannst. Dem du hier unten rechts auf Sign-Up draufklickst. Und dort kannst du jetzt entweder dich per E-Mail-Adresse registrieren. Oder du kannst hier unten auf By Phone-Number draufklicken. Dann geht es auch mit deiner Handynummer. Wenn das entsprechend eingetragen ist, klickst du hier auf Send Code, bekommst du einen Code, den gibst du hier ein. Und dann kannst du hier unten auch noch einen Empfehlungscode eingeben. In dem Fall wäre das hier zum Beispiel QBSSSYFD. Dann sparst du eben diese 10% Gebühren. Du könntest dich auch über die App registrieren. Allerdings gibt es dort aktuell dieses Empfehlungscode-Feld nicht. Dementsprechend bin ich mir nicht sicher, ob du dann diesen 10% Rabatt bekommst. Deswegen, wenn du sicher gehen möchtest, einfach hier rüber machen. Ist aber natürlich deine Entscheidung, ob du das überhaupt nutzen möchtest. Und wenn das dann erledigt ist, kannst du auch schon die KuCoin-App dir herunterladen in deinem App Store und dann einfach öffnen. Das Ganze sieht dann ungefähr so oder so ähnlich aus. Und der erste Schritt wäre dann natürlich, dass du dich hier erstmal einloggst. Dafür kannst du hier oben links draufklicken und dann steht hier in der Regel etwas von einloggen etc. Und wenn du dann eingeloggt bist, kannst du wieder hier in dieses Menü reingehen, um noch ein paar wichtige Einstellungen zu treffen. Und zwar würde ich dir empfehlen, dass du hier einfach mal ein Stück runter scrollst und dann hier auf Settings draufklickst. Und hier kannst du jetzt einfach die Sprache zum Beispiel ändern von Englisch auf Deutsch. Dann kommst du hier wahrscheinlich ein bisschen besser zurecht. Genauso kannst du an der Stelle auch noch die Währung umändern. Also hier auf Einstellungen wieder und dann hier Währung eben auf Euro. Standardmäßig steht es glaube ich auf Dollar. Und wenn das gemacht ist, können wir jetzt noch die Sicherheitseinstellungen vornehmen. Und zwar würde ich dir hier empfehlen, den Handelscode mal noch einzustellen, falls man das nicht sowieso machen muss. Und zwar sieht es so aus, dass dieser Handelscode ein sechszifriges Passwort ist. Und dieses benötigst du, wenn du zum Beispiel hier in das Trading Desk rein möchtest oder zum Beispiel auch Auszahlungen machst. Einfach nochmal ein zusätzlicher Sicherheitsfaktor, damit selbst wenn jemand hier reinkommt bei dir, trotzdem keinen Schaden anrichten kann. Genauso empfehle ich dir auch noch hier diese Google Verifikation zu nutzen. Da klickst du einfach mal drauf, dann kannst du dir die Google Authenticator App in deiner App-Umgebung herunterladen. Und dann verknüpfst du es einfach hier mit KuCoin und dann wird dort immer alle paar Sekunden ein neuer Code erzeugt. Und wenn du dann zum Beispiel dich hier einloggst bei KuCoin, musst du noch zusätzlich diesen zweiten Faktor angeben, also diesen Code. Und damit bist du auch noch sicherer, weil das eben nicht reicht, nur dein Passwort zu wissen. Wenn die Sachen alle eingestellt sind, kannst du theoretisch auch noch ein Stück weiter runter scrollen und hier bei Touch ID das Ganze aktivieren oder das Entsperrmuster. Dann kommst du hier leichter in die App rein von deinem Handy aus. Und damit sind eigentlich die wichtigsten Sachen auch schon alle erklärt. Vielleicht noch eine Sache ganz am Schluss hier. Und zwar, wenn du dich hier auch mal wieder ausloggen möchtest. In der App ist das ein bisschen tricky, weil wenn du jetzt wieder hier in deinem Profil drin bist und ganz runter scrollst, dann findest du hier keinen Auslog-Button, sondern auch hier musst du wieder auf Einstellungen draufklicken. Hier dann ganz runter scrollen und hier findest du dann erst den Ausloggen-Button. Das mal nur am Rande, falls das mal irgendwann bei dir der Fall sein sollte. Ansonsten geht es jetzt weiter und zwar mit dem ersten Schritt der Verifizierung. Diese ist in der Regel notwendig, damit du hier das Konto vollumfänglich nutzen kannst. Dafür klickst du wieder hier oben links drauf. Scrollst dann ein Stück hoch und hier siehst du jetzt den Status verifiziert bei mir. Bei dir steht wahrscheinlich nicht verifiziert. Da klickst du dann einfach drauf und bekommst dann hier einen Schritt-für-Schritt-Prozess, den du durchlaufen musst. Gibst ein paar verschiedene Daten an, wie Vorname, Nachname. Du musst noch ein Bild von deinem Ausweis zum Beispiel hochladen. Das geht aber relativ easy, weil du das dann einfach mit deiner Handy-Kamera machen kannst. Und wenn das dann abgeschlossen ist, siehst du hier diesen Haken, dann kannst du deinen Account auch vollständig nutzen. Und dann können wir auch schon loslegen und Geld einzahlen. Hier gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal eine einfache, aber kostenintensive Variante oder eine etwas kompliziertere, aber dafür sehr günstige Variante. Und zwar stelle ich dir die kurz vor und werde sie dir auch zeigen. Und zwar sieht es so aus, dass du hier bei KuCoin per SEPA-Banküberweisung Euro einzahlen, also auch auszahlen kannst. Auch zu sehr günstigen Konditionen, das ist nicht das Problem. Aber wenn du die Euro dann hier auf KuCoin erlangt hast, dann ist es so, dass du diese in US-Dollar-Tether umwandeln musst, weil es gibt hier aktuell auf KuCoin keine Euro-Handelspaare. Da kannst du einfach mal unten auf Märkte gehen und dann hier oben in der Suche suchen, ob es schon welche gibt. Du siehst, ist gerade nichts verfügbar. Und dementsprechend musst du deine Euro dann relativ teuer umwandeln in US-Dollar-Tether. Das ist jetzt nicht so, dass da die Gebühr hoch ist, sondern der Kurs ist da sehr schlecht. Das heißt, am normalen Markt bekommt man für die Euro viel mehr Dollar und da bekommst du eben sehr wenige Dollar. Das heißt, im Endeffekt zahlst du irgendwo 1-3% Gebühren. Und wenn du das vermeiden möchtest, dann kann ich dir noch den zweiten Weg vorschlagen. Das sieht so aus, dass wir im Endeffekt einfach die Euro nicht auf KuCoin einzahlen, sondern auf Binance. Bei Binance sind wir in US-Dollar-Tether umwandeln, sehr, sehr günstig. Und die US-Dollar-Tether dann von Binance an KuCoin schicken, auch nur für 1 Dollar Gebühr. Beide Wege werde ich dir jetzt zeigen. Wie gesagt, wenn in Zukunft hier irgendwann mal Euro-Handelspaare eingeführt werden, dann würde ich das natürlich alles über KuCoin machen. Aber solange das nicht der Fall ist, kannst du da besonders bei größeren Summen sehr viel Gebühren sparen, indem du das zum Beispiel einfach über Binance machst, so wie ich es dir zeigen werde. Ich werde trotzdem jetzt erstmal mit dem ersten Weg beginnen und zwar mit dem einfachen und dann kommen wir zum zweiten. Erster Weg wäre also, dass du hier Euro einzahlst. Das funktioniert folgendermaßen. Du gehst hier unten rechts einfach auf Einlagen drauf und kannst jetzt hier über die Suche, über dieses Suchfeld einfach Euro suchen oder du siehst es hier schon direkt. Und da kannst du dann einfach mal draufklicken auf Euro und dann hier unten links auf Einzahlung. Anschließend siehst du jetzt hier alle Zahlungsmethoden und dort würde ich dir auf jeden Fall den Banktransfer empfehlen, weil das Ganze kostenlos ist im Vergleich zum Beispiel zu einer Kreditkarte 3,8%. Wenn du da dann draufgeklickt hast, bekommst du auch schon alle Überweisungsdaten. Das heißt, du gehst einfach in ein Online-Banking rein, öffnest dort das Überweisungsformular und gibst die Daten, die dann hier auf der nächsten Seite stehen, ein. Was du hier beachten musst, ist nur, dass du den Verwendungszweck auch noch befüllst. Da bekommst du dann einen speziellen Code oder sowas. Den trägst du da einfach ein in den Verwendungszweck. Dann kann KuCoin auch das Geld, wenn es ankommt, deinem Account zuordnen. Das Ganze dauert dann irgendwo 1-3 Werktage und anschließend hast du dann die Euro hier auch schon verfügbar. An der Stelle vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Und zwar sieht es so aus, dass du die Überweisung nicht an ein deutsches Konto machst, sondern es geht ins europäische Ausland. Das heißt, eine ganz normale SEPA-Banküberweisung funktioniert da trotzdem. Allerdings kann es sein, dass deine Bank dafür Gebühren veranschlagt. Das ist von Bank zu Bank unterschiedlich. Bei manchen ist es kostenlos, bei manchen eben nicht. Da kannst du einfach mal anrufen, wenn du es nicht weißt. Was ich dir aber sagen kann, ist, dass es bei den meisten Sparkassen der Fall ist. Da zahlst du irgendwo 10-20 Euro für so eine Überweisung. Und diese Gebühren kannst du vermeiden, indem du zum Beispiel mit einem Bankkonto wie Nuri arbeitest. Nuri ist ein deutsches Girokonto, wo du gar keine Kosten hast. Also du hast hier das Girokonto und auch hier noch so eine Visa-Debitkarte kostenlos verfügbar. Du hast hier auch noch natürlich deine 100.000 Euro Einlagensicherung. Außerdem auch, ich glaube, erst ab 250.000 Euro Negativzinsen. Das kann sich natürlich von Zeit zu Zeit auch immer wieder ändern. Aber du hast hier wirklich top Konditionen. Und ein weiterer Vorteil ist, dass du hier auch diese Überweisung kostenlos machen kannst. Das heißt, falls du jetzt dir unsicher bist oder vielleicht bei deiner Sparkasse bist, dann kannst du dir dieses Konto hier öffnen. Das geht online alles innerhalb von 20 Minuten. Also jetzt auch nicht ein großer Aufwand. Und dann kannst du einfach von deinem normalen Bankkonto hier an Nuri den Betrag schicken und von Nuri aus dann kostenlos an KuCoin schicken. Dann kannst du diese Gebühren sparen. Ist nur ein Tipp meinerseits. Video bzw. kein Video. Ein Link dazu zu diesem Girokonto habe ich auch noch unten in der Videobeschreibung. Manchmal gibt es dann noch die eine oder andere Aktion. Das heißt, da einfach mal vorbeischauen. Dann kannst du da alles mitnehmen. Ansonsten kommen wir jetzt aber auch wieder zurück zu KuCoin. Und zwar, wenn du dann eben diese Überweisung getätigt hast, geht es auch schon weiter, indem du jetzt als nächstes hier auf Handel draufklickst. Denn als nächstes müssen wir jetzt noch diese Euro umwandeln in US-Dollar-Täler. Das heißt, du klickst hier oben noch auf Fiat-Währung drauf, kommst dann hier in diesen Schnellhandel rein. Und dort kannst du jetzt deine Euro umwandeln in US-Dollar-Täler. Das heißt, du gibst hier zum Beispiel einfach 100 Euro ein. Dann werden die umgewandelt in US-Dollar-Täler, wenn du da draufklickst. Und bezahlen kannst du hier eben mit deinem Euro-Guthaben oder zum Beispiel auch mit Kreditkarte. Allerdings ist es teurer. Außerdem ist es so, dass dieses Euro-Guthaben erst angezeigt wird, wenn dann auch Euro-Guthaben vorhanden ist. Ansonsten steht hier sowas von Banktransfer und dann wirst du weitergeleitet zur Banküberweisung. Das mal nur am Rande. Wie schon vorhin aber noch kurz erwähnt, hier zahlst du relativ hohe Gebühren, also irgendwo 1-3% mindestens. Dementsprechend ist diese Variante, besonders wenn du hohe Summen hier einzahlen möchtest, nicht sehr attraktiv. Und deswegen kommen wir jetzt auch noch zur zweiten Methode. Und diese funktioniert so, indem wir das Geld über Binance abwickeln. Das heißt, du zahlst hier direkt US-Dollar-Täler ein und schickst deinen Euro eben nicht an KuCoin, sondern an Binance. Bei Binance kannst du es sehr, sehr günstig umwandeln in US-Dollar-Täler und dann auch sehr günstig diese US-Dollar-Täler hier an KuCoin schicken. Das heißt, du gehst hier unten rechts wieder auf Einlagen, suchst dann US-Dollar-Täler. Entweder findest du es hier oder du kannst hier auch diese Suche benutzen. Wenn du dann das gefunden hast, klickst du drauf und kannst jetzt hier auf Einzahlung klicken. Und dort erhalten wir jetzt auch schon die Einzahlungsadresse. Allerdings müssen wir zuerst das Netzwerk auswählen. Das ist auch noch eine entscheidende Sache. Und zwar zahlst du hier von Netzwerk zu Netzwerk unterschiedliche Gebühren. Damit wir hier möglichst günstig unterwegs sind, empfehle ich dir hier das Tron-Netzwerk. Hier zahlst du einen Bruchteil von den Ethereum-Netzwerkgebühren. Dementsprechend das einfach benutzen. Auch immer wichtig ist, dass beide Sender und Empfänger dieses Netzwerk unterstützen. In dem Fall ist es gegeben. Das heißt, du klickst hier einfach auf das Tron-Netzwerk, bekommst jetzt hier eine Adresse, die Empfangsadresse von KuCoin. Die kopierst du dir in die Zwischenablage, indem du hier einfach draufklickst. Und anschließend wechselst du einfach in die Binance-App. Falls du die Binance-App noch nicht hast und auch keine Ahnung hast, wie die zu bedienen ist, habe ich unten in der Videobeschreibung zwei Videos verlinkt. Einmal ein Binance-App-Tutorial für Anfänger. Das ist nämlich die Lite-Version. Wenn man hier oben auf das Männchen draufklickt, dann kannst du hier einfach diesen Haken rüberklicken. Dann rutschst du in die Binance-Slide-Version. Die ist wirklich für Anfänger sehr, sehr gut. Wenn du sagst, ja, ist jetzt nicht so schwer, dann habe ich da noch ein zweites Video verlinkt. Das ist nämlich die Pro-Version, die Standard-Version hier. Und da zeige ich, wie die funktioniert. Also da siehst du dann, wie du dich hier bei Binance registrierst, wie du hier ganz einfach per Banküberweisung auch Geld einzahlen kannst und auch zum Beispiel dann US-Dollar-Teller kaufst. Dieses Schritt also alle in den Videos erklärt. Da möchte ich jetzt nicht mehr drauf eingehen. Wenn du dann die US-Dollar-Teller gekauft hast, die Gebühren liegen da irgendwo bei 0,08% oder sogar noch günstiger, je nachdem. Und was wir jetzt hier machen, ist das Wallet aufzurufen und eben diese US-Dollar-Teller von Binance rüberzuschicken an KuCoin. Das heißt, du gehst hier unten einfach auf Wallets, dann hier auf dein Spot-Wallet. Dort kannst du jetzt eben entweder hier oben suchen oder du siehst es hier schon direkt, deine US-Dollar-Teller. Das heißt, du klickst da dann einfach drauf, landest dann auf dieser Seite und dort klickst du jetzt einfach auf With Trouble, also auf Auszahlung. Jetzt musst du hier noch auswählen, ob du einen anderen Binance-User schickst oder über das Netzwerk. Wir wollen dir das über das Krypto-Netzwerk schicken. Das heißt, das wählst du aus. Und jetzt kannst du hier oben die Adresse eingeben, die du vorhin bei KuCoin dir in die Zwischenablage gelegt hast. Das heißt, wir fügen das jetzt einfach mal hier ein. Anschließend wählst du jetzt hier noch das Netzwerk aus. In dem Fall haben wir das Dron-Netzwerk ausgewählt. Du siehst jetzt zum Beispiel hier, Ethereum-Netzwerk wären die Gebühren bei 10 Dollar. Bei dem Dron-Netzwerk haben wir aber nur 1 Dollar. Das heißt, das ist auf jeden Fall attraktiver. Das heißt, das wählst du dann aus. Und jetzt musst du hier nur noch eintragen, wie viel Dollar du denn hier rüber schicken möchtest. Ich mache jetzt hier einfach mal 100 Dollar zum Beispiel. Dann siehst du auch, 99 Dollar werden ankommen, 1 Dollar diese Gebühren. Und dann klickst du nur noch hier auf With Trouble und schon sind nach circa 5 bis 10 Minuten deine US-Dollar-Teller drüben bei KuCoin eingegangen. Wenn das dann geklappt hat und du wieder rüber in die KuCoin-App geswitcht hast, kannst du dann eben hier unten rechts wieder auf Einlagen klicken und dann hier schauen, ob der entsprechende Betrag bei US-Dollar-Teller verfügbar ist. Wenn das der Fall ist, können wir jetzt auch schon loslegen und hier Kryptowährungen kaufen und verkaufen. Dafür klickst du hier unten einfach mal auf Märkte, denn hier siehst du alle Handelspaare, die es gibt. Wichtig ist, dass du hier oben auf Spot klickst. Hier handelst du nämlich echte Kryptowährungen ohne Hebel oder sonstige Derivate-Produkte und dann hast du jetzt hier die Möglichkeit, zum Beispiel dir alle Handelspaare mit Dollar anzuzeigen oder alle Handelspaare mit Bitcoin oder den KuCoin-Shares. Hier ist auch noch dein Favoriten-Tab, also du kannst dir auch verschiedene Handelspaare in die Favoriten-Leiste hier reinlegen. Diese wird dann sortiert anhand des 24-Stunden-Volumens. Wenn du jetzt aber sagst, okay, ich suche jetzt einen spezifischen Coin und möchte da nicht lange Zeit verplempern, dann kannst du auch einfach hier oben rechts auf diese Lupe gehen und dann einfach den Coin, den du jetzt hier kaufen möchtest, suchen. Und da musst du, immer wichtig, die Abkürzung des Coins reinschreiben. Also bei Cardano, zum Beispiel jetzt nicht Cardano, sondern die Abkürzung ADA. Genauso machen wir das jetzt mal mit dem Coin von Dr. Julian Hosp, von der Defi-Chain. DFI ist die Abkürzung hierbei. Und jetzt siehst du schon, dass hier im Endeffekt nur zwei Handelspaare verfügbar sind. Einmal kannst du DFI mit US-Dollar-Teller kaufen, einmal mit Bitcoin. Und wenn du jetzt sagst, okay, du möchtest das in Zukunft in der Favoritenliste haben, dann kannst du hier auch noch den Stern anklicken. Dann ist es in Zukunft dort auch verfügbar. Vielleicht noch kurz zur Erklärung. Ich mache hier natürlich keine Anlageberatung. Es ist keine Empfehlung, den Coin von Dr. Julian Hosp zu kaufen. Aber da Qcoin eine der wenigen Börsen ist, wo man diesen Coin kaufen kann und ich immer wieder die Frage auch gestellt bekomme, wie man denn DFI kaufen kann, zeige ich es jetzt einfach mal hier am Beispiel. Also an der Stelle nicht als Anlageempfehlung zu verstehen. Das heißt, wenn du dann entsprechend das richtige Handelspaar gefunden hast, klickst du hier einfach drauf und landest jetzt auf der Seite von dem Handelspaar, wo du ein paar verschiedene Informationen erlangen kannst. Zum Beispiel jetzt hier der aktuelle Dollar-Kurs 308. Dann, wenn du deine Währung auf Euro umgestellt hast, siehst du auch noch, wie viel das in Euro jeweils wert ist. Dann hast du hier natürlich noch die verschiedenen Informationen, wie was der 24 Stunden höchste Preis war und innerhalb der letzten 24 Stunden tiefste Preis. Dann noch das Volumen innerhalb der letzten 24 Stunden, 560 Millionen Dollar in dem Fall. Hier hast du jetzt natürlich noch den Chart. Jede Candle hier ist jetzt aktuell 60 Minuten, also eine Stunde. Du könntest es aber natürlich auch noch anpassen, indem du zum Beispiel sagst, ich möchte ein bisschen rauszoomen und dann einstellen, dass hier eben jede Candle ein Tag ist. Dann sieht man, dass jetzt hier vor allem in letzter Zeit das Ganze ganz schön abgestützt ist, ist jetzt aber auch der ganze Markt aufgrund des Terra Luna Crash. Das alles aber nur am Rande. Wenn du dann noch ein Stückchen weiter runter scrollst, hast du jetzt hier noch das Orderbuch, wo du ein bisschen siehst, wie die Kauf- und Verkaufsorders jeweils hier vom Volumen aus aussehen. Dann siehst du hier noch die neuesten Trades, also da siehst du Lifetime, oder nicht Lifetime, sondern brandaktuell, welche Trades gerade zu welchem Volumen und zu welchem Preis abgesetzt werden. Dann noch hier eine Token-Info, wo du grobe Kennzahlen bekommst, wie zum Beispiel die Marktkapitalisierung und so weiter. Das ist aber auch nur alles am Rande. Zu guter Letzt haben wir dann hier unten auch noch das Orderbuch. Hier siehst du alle Kauf-Orders und hier alle Verkaufsorders. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte jetzt hier selber handeln, dann klickst du hier unten einfach auf Kaufen oder Verkaufen und schon landest du auf der Handelsseite. Also du siehst, vorhin waren wir jetzt hier auf den Märkten. Dort siehst du alle Handelspaare und kannst danach besser suchen. Wenn du jetzt selber handeln möchtest, dann gelangst du hier auf die Handelsseite und dort hast du jetzt eben die Möglichkeit, diese Kaufaufträge oder auch Verkaufsaufträge aufzugeben. Du siehst jetzt hier auch wieder das Orderbuch. Einmal hier alle Kauf-Orders und hier alle Verkaufsorders. Und dort kannst du jetzt, wenn du jetzt eben handeln möchtest, dich selber einreihen oder auch nicht. Das werde ich gleich noch drauf eingehen. Und zwar gibt es jetzt hier nämlich verschiedene Möglichkeiten, wie du Käufe tätigen kannst. Es gibt hier einmal eine Limit-Order und einmal eine Markt-Order. Es gibt noch weitere Order-Arten, aber die sind für fortgeschrittene Leute. Das will ich jetzt heute mal außen vor lassen. Die einfachste Order ist die Markt-Order. Das sieht so aus, du kaufst einfach sofort zum aktuellen Preis. Du musst nur angeben, wie viel Dollar möchtest du investieren. Da kannst du zum Beispiel einfach hier auf 100% draufklicken. Dann siehst du jetzt, dass ich gerade kein Guthaben verfügbar habe. Das ist hier 0 Euro an US-Dollar-Teller verfügbar. Aber hier noch ganz wichtig, du kannst zwischen verschiedenen Konten deine US-Dollar-Teller transferieren. Denn wie du jetzt hier zum Beispiel siehst, habe ich auf meinem Hauptkonto, da haben wir nämlich die US-Dollar-Teller eingezahlt von Binance aus, 100 Dollar verfügbar. Damit man mit diesen aber handeln kann, müssen die auf das Handelskonto geswitcht werden. Dementsprechend kannst du da dann eben auf diesen Button, wo ich gerade draufgeklickt habe, draufklicken und dann hier zum Beispiel auf alle draufklicken. Dann kannst du diese 100 Dollar einfach rüber transferieren in dein Handelskonto und dann siehst du, ist das auch schon verfügbar. Wenn wir jetzt auf 100% draufklicken, siehst du auch schon, dass das jetzt eben auch ausgefüllt wurde. Dann wird dein maximal verfügbarer Betrag an Dollar hier eingetragen. Und dann würdest du eben hier zum aktuellen Preis, in dem Fall ist das hier der günstigste Preis, den jemand zum Verkauf anbietet, könntest du zu diesen 3,085 eben jetzt deine DFI kaufen. Was du allerdings bei der Marktorder beachten musst, ist, dass wenn du sehr, sehr hohe Summen kaufen möchtest, könnte es sein, dass dieses Volumen hier nicht dafür ausreicht und dann würde eben, wenn die Order sofort ausgeführt wird, auch noch zu diesem Preis weiteres Volumen aufgekauft. Und wenn du jetzt zum Beispiel Millionenbeträge mit einer Marktorder kaufst, dann könnte es sein, dass du den Preis beeinflusst, weil du dann mal kurz das ganze Orderbuch hier aufkaufst. Dementsprechend besonders bei hohen Summen lohnt sich die Limit Order, auf die ich jetzt eingehen werde. Dort kannst du nämlich den Preis selber bestimmen, zu dem du einkaufen möchtest. Wenn der Preis gerade verfügbar ist, dann wird er zu diesem Preis auch gekauft, ansonsten eben nicht. Dementsprechend kannst du hier dann zum Beispiel einfach mal dich im Orderbuch so ein bisschen orientieren. In dem Fall wollen wir kaufen. Dementsprechend ordnest du dich hier unten ein und kannst mal gucken, wo du eben den Preis festsetzen möchtest. Da kannst du zum Beispiel sagen, ah, okay, hier irgendwo 3075 und wenn du da draufklickst, wird dann auch automatisch dieser Preis hier oben eingefügt und jetzt musst du hier nur noch eingeben, wie viel DFI du denn kaufen möchtest. Da kannst du jetzt auch wieder zum Beispiel 100% anklicken, dann rechnet der automatisch für dich aus, wie viel DFI du mit deinen 100 Dollar dir leisten kannst, wenn du zu einem Preis von 3075 einkaufen würdest. Das mal dazu, so leicht funktioniert das. Vielleicht noch kurz ein Beispiel, damit du es noch besser verstehst. Ich switche jetzt mal einfach den Preis auf 2, damit es nicht ausgeführt wird, weil ich möchte es ja nur kurz zeigen. Wenn du jetzt hier zu diesen Konditionen die Order aufgibst, klicke ich jetzt einfach hier auf DFI kaufen, dann siehst du, muss ich jetzt hier noch diesen Handelscode, den wir vorhin eingestellt haben, noch eingeben. Das mache ich jetzt mal kurz und nachdem das jetzt eingegeben ist, wurde die Order auch schon platziert. Das heißt, du kannst jetzt hier einfach ein Stück runter scrollen, dann siehst du hier auch schon meine Aktiv Order. Das bedeutet nämlich, die Order wird erst ausgeführt, wenn der Preis erreicht wird. Dementsprechend wird es nicht sofort ausgeführt, sondern wenn du Pech hast, auch nie. Also wenn du jetzt einen extrem tiefen Preis setzt, wie ich jetzt hier, 2 Dollar, kann es eben sein, dass diese Order nie ausgeführt wird und in einem Jahr immer noch dort steht. Deswegen solltest du da immer gucken, dass es schon irgendwo passt oder gegebenenfalls auch die Order anpassen, indem du hier zum Beispiel Stornieren klickst und das Ganze dann noch mal frisch aufgibst. Denn, solange du jetzt diese Order hier offen hast, sind diese 100 Dollar, die ich hier gerade reingesteckt habe, eingefroren. Das heißt, du hast keinen Zugriff drauf. Das heißt, wenn du zum Beispiel auch Dollar abheben möchtest von KuCoin, es werden diese nicht abgehoben, erst wenn du diese Order wieder storniert hast. Dementsprechend hast du, wie gesagt, jetzt hier diese Aktiv Order. Solange die nicht ausgeführt wurde, bleibt sie aktiv. Wenn sie ausgeführt wurde, hast du hier keine Aktiv Order mehr. Dann kannst du hier rechts draufklicken in deine Order Hysterie. Dort siehst du dann alle vergangenen Trades, die du gemacht hast. Außerdem hast du hier eben noch den Zeitpunkt, zu dem du es aufgegeben hast und natürlich hier auch noch die Menge, also zu welchem Preis und wie viel DFI würdest du dann kaufen. Hier siehst du noch, zu wie viel Prozent die Order erfüllt wurde, weil in der Regel fühlt die sich nicht von jetzt auf gleich auf einmal, sondern besonders bei höheren Summen wird es eben prozentual nach und nach abgearbeitet. Erst mal 10 Prozent, dann nochmal 10 Prozent und so weiter und so fort und dann irgendwann hat es 100 Prozent erreicht und ist komplett ausgeführt worden. Das also mal zur Limit Order, das kannst du auch ganz einfach wieder stornieren. Dann sind auch diese 100 Dollar wieder verfügbar und genauso wie du jetzt eben hier das Ganze gekauft hast, kannst du es natürlich auch verkaufen. Das heißt, du klickst hier einfach auf den Verkaufen Button und kannst dann hier zum Beispiel auch bei der Markt Order einfach sagen, okay, ich möchte jetzt so und so viel, zum Beispiel alle meine DFI-en, klickst du hier auf 100 Prozent zum aktuellen Preis, das wäre dann hier 3081, würdest du sie dann verkaufen, weil das ist der höchste Preis, den ein Käufer gerade anbietet. Genauso kannst du auch hier natürlich wieder switchen und eine Limit Order reinmachen, dann gibst du einfach selber den Preis an, zu dem du verkaufen möchtest. Hier beim Verkauf natürlich hier bei den Verkäufern orientieren, da kannst du dann zum Beispiel hier mal auf 3094 draufklicken, dann noch angeben, wie viel DFI du verkaufen möchtest oder einfach auf 100 Prozent, dann werden hier alle reingetragen und dann kannst du diese eben auch verkaufen und wenn dann dieser Preis hier, den du angeklickt hast, auch erreicht wurde, werden deine DFI wieder zurück in US-Dollar-Tether verkauft. So einfach kannst du hier also über KuCoin Coins kaufen oder auch verkaufen. Nachdem du die Coins dann irgendwann wieder verkauft hast, bekommst du ja in der Regel US-Dollar-Tether zurück und als nächstes möchte ich dir jetzt noch zeigen, wie du diese US-Dollar-Tether wieder zurück auf dein Bankkonto erhältst. Da gibt es jetzt wieder zwei Möglichkeiten, entweder die teure Variante und einfache oder die etwas kompliziertere aber günstige. Wir fangen wieder an mit der teuren aber einfachen Variante. Du klickst hier unten auf Handel und dann einfach hier oben auf Fiat Währung und dort kannst du jetzt eben deine US-Dollar-Tether auch einfach verkaufen, den du hier drauf klickst, dann gibst du an, wie viel US-Dollar-Tether du verkaufen möchtest, erhältst dann entsprechend hier Euro-Guthaben dafür und somit ist das Ganze dann auch schon erledigt. Wie gesagt, hier sind halt die Dollarkurse relativ schlecht, sodass du hier irgendwo 1-3% Gebühren zahlst, dementsprechend empfehle ich das nicht unbedingt, aber wenn du es einfach nur einfach haben möchtest, kann man das schon mal machen. Weiter geht es dann natürlich, dass wenn du jetzt diese Euro erhalten hast, diese auch noch zurück an dein Bankkonto schicken kannst, indem du jetzt hier unten rechts auf Einlagen drauf klickst, dann hier wieder entweder in der Suche nach Euro suchst oder sie hier auch schon direkt siehst, das heißt, dann kannst du hier drauf klicken und diesmal eben hier auf Abheben drauf klicken und jetzt musst du hier nochmal das Ganze auswählen, du klickst hier oben auf Fiat, dann hier auf Euro und kannst jetzt hier eben entweder per Banküberweisung das Ganze zurückschicken, das kostet 80 Cent oder per Advanced Cash, das ist aber ein Drittanbieter, ich würde eher die ganz normale Banküberweisung auswählen. Wenn du da dann drauf klickst, wird als erstes, wenn du das erste Mal aufrufst, noch dein Bankkonto hier abgefragt, also da kannst du einfach auf Fortfahren klicken, gibt es dann einfach deine Girokontodaten an, also sowas wie dein Vorname, Nachname, die IBAN und dann noch, ich glaube die BIG und wenn die dann hinterlegt ist, kannst du hier auch mehrere Konten hinterlegen und dann das Konto auswählen, gibst hier oben noch an, wie viel Euro du zurückschicken möchtest, klickst dann auf Fortfahren, musst das Ganze noch bestätigen und dann ist das Geld nach 1 bis 3 Werktagen auch wieder zurück auf deinem ganz normalen Bankaccount. Kommen wir jetzt noch zur zweiten Variante, wie du kostengünstiger, aber etwas komplizierter dein Geld wieder zurück auf dein Bankkonto erhältst und zwar wieder über Binance und zwar sieht es so aus, du hast ja die US-Dollar-Tether erhalten, nachdem du deine Coins verkauft hast und jetzt schicken wir die US-Dollar-Tether an Binance zurück und von Binance kannst du sie auch, ich glaube für 1 Euro Gebühr per Banküberweisung zurück an dein Bankkonto schicken. Vorteil ist halt hier, dass du bei Binance deine US-Dollar-Tether sehr, sehr günstig mit 0,08% Gebühren aktuell irgendwo zurückwandeln kannst in Euro, hier bei Coins sind es eben eher 1 bis 3%, also mehr als das 10-fache teurer. Das heißt, du gehst hier unten auf Einlagen drauf und klickst dann hier einfach auf Abheben. Als nächstes musst du jetzt noch auswählen, welche Kryptowährung du denn abheben möchtest, in dem Fall hier US-Dollar-Tether und wenn das gemacht ist, musst du jetzt noch aufpassen, dass deine Dollar im richtigen Konto liegen, denn auch wie vorhin beim Handel, die im falschen Konto lagen, liegen sie jetzt wieder im falschen Konto und zwar musst du sie im Hauptkonto haben, damit sie weggeschickt werden können. Aktuell liegen sie ja noch im Handelskonto von vorhin, dementsprechend klickst du hier einfach auf diesen Button drauf und kannst dann von deinem Handelskonto, das hier jetzt schon standardmäßig ausgewählt wurde, das Ganze ins Hauptkonto zurückschicken und da klickst du dann einfach zum Beispiel hier auf Alle, dann wieder auf Bestätigen und dann werden diese 100 Dollar wieder zurückgeschickt. Jetzt siehst du, ist es hier auch schon verfügbar und als nächstes brauchen wir jetzt nur noch hier die Adresse von Binance. Das bedeutet, du switchst einfach wieder rüber in die Binance-App. In der Binance-App gehst du hier unten rechts auf Wallets, suchst dann hier mit der Suche nach US-Dollar-Tether und wenn du es gefunden hast, klickst dann einfach einmal drauf. Anschließend klickst du jetzt hier auf Deposit, also auf Einzahlung, damit wir die Einzahlungsadresse erhalten. Jetzt müssen wir wieder das Netzwerk auswählen. In dem Fall wollen wir das wieder über das Tron-Netzwerk machen, weil es einfach das günstigste ist. Das heißt, da klickst du drauf. Erhältst jetzt hier auch schon die Wallet-Adresse, das heißt, die kopierst du einfach in die Zwischenablage und schon kannst du wieder rüber in die KuCoin-App switchen, wo du jetzt hier einfach auf Einfügen draufklickst, dann wird es aus der Zwischenablage direkt hier eingefügt. Du siehst, der merkt es auch schon automatisch, dass das das Tron-Netzwerk ist. Wichtig nur ist immer, dass eben beide Sender und Empfänger dieses Netzwerk unterstützen, weil es gibt auch noch andere günstige Netzwerke, aber die werden nicht von beiden unterstützt. Und wenn du es dann über ein Netzwerk schickst, was nicht von beiden unterstützt wird, dann sind die Coins weg. Dementsprechend da immer aufpassen, nur am Rande. Wenn wir jetzt noch ein Stück weiter runter scrollen, dann kannst du jetzt hier unten noch den Betrag angeben, hier zum Beispiel einfach auf Max klicken, dann haben wir hier diese 100 Dollar drinnen. Kannst auch noch eine Anmerkung machen, dass du zum Beispiel reinschreibst an Binance oder sowas. Und der nächste Step wäre dann, dass du hier nur noch auf Bestätigen klicken musst und schon würde es dann innerhalb von 5 bis 10 Minuten rüber an Binance geschickt. Außerdem siehst du jetzt hier auch noch, dass du hier eine Gebühr von nur 1 Dollar hast. Beim Ethereum-Netzwerk, wenn wir das nutzen würden, für den Transfer, wären es zum Beispiel, ich glaube, 35 Dollar aktuell. Das heißt, dann hast du einfach nochmal einiges gespart. Wenn das Geld dann auf Binance eingegangen ist, kannst du es natürlich dort dann noch ganz einfach verkaufen, also die US-Dollar-Teller in Euro rüber switchen und dann einfach abziehen auf dein ganz normales Bankkonto per SEPA-Überweisung. Wie das funktioniert, wie gesagt, habe ich unten in der Videobeschreibung zwei Tutorials verlinkt. Einmal die einfache Version von der Binance-App und einmal die normale Version von der Binance-App. Ist wirklich kein Hexenwerk, darüber zu machen. Und dann ist das Geld auch dort innerhalb von 1 bis 3 Werktagen zurück auf dein Bank-Account und dann ist die Sache auch schon erledigt. Zu guter Letzt vielleicht jetzt noch die Frage, wie du hier Kryptowährungen empfangen oder auch senden kannst. Das habe ich im Endeffekt hier schon gezeigt über den Schritt, wo du siehst, wie man US-Dollar-Teller zum Beispiel an Binance schickt oder auch von Binance erhält. So funktioniert das mit allen anderen Coins auch. Das heißt, da einfach nochmal zurückspringen an die entsprechenden Stellen. Timestamps sind unten verlinkt, wo du dann entsprechend hinspringen kannst und dementsprechend ist es jetzt nicht mehr notwendig, das nochmal extra zu erwähnen. Ansonsten würde ich sagen, sind wir auch schon durch mit der Anleitung. Wenn es dir gefallen hat und du weitergekommen bist, dadurch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wie gesagt, falls du hier noch keinen Account hast, kannst du es auch über den Link unten in der Videobeschreibung eröffnen. Dann sparst du dir 10% Gebühren und falls du diesen Kanal hier weiterhin verfolgen möchtest und kein Video verpassen möchtest, kannst du den Kanal natürlich auch gerne abonnieren. Ansonsten noch viel Erfolg und bis dann. Ciao.